Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin gespannt, ich werde euch folgen. Ich werde euch folgen. Ja, das war's. Was ist das? 5 bis 10. Vanessa, wir gehen jetzt durch. Oh, joh. Ja. 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 Dat heeft hier nog eens in mevrouw met het rohanje shirtje zonder een nummer. Nummer 102 die heeft de eerste 10 km. Fantastisch! Applaus, applaus, applaus. En hier randen ook een paar… Wij 10 km over. Ik moet even kijken want ik ga even door schakelen naar de 10 km. En hier hebben we nu nummer 3 op de 10 km en nummer 817. Nummer 18, Nummer 18, das ist Sjoerd Bema, und hier haben wir Sofie de Dino Weiner, Applaus für diese Pickles, Helemaal super, Applaus für Sofie. Nummer 826, Nummer 826, das ist Bernhard von Haaren, und hier ist Nummer 18 auf die 5 km, und hier ist Nummer 18 auf die 5 km, das ist Jannick Zwanepol, die war 10. Das ging schlecht. Machen ein Eindstrind, aber da kann ich dann locker lopen. Drie lopers bij de camera, Geert, Jan Hendrik en de zwangere Natalia. Hoe was het? Super. Ja, leuk. Facts, zeker. Goede tijden gelopen? Ja. Ich bin jetzt der Rechte verliezer, want Geert hat echt eine toptijd geloven. Da war ich echt trots om. Ich bin jetzt auch verlegen. Ja, naja, das war super. Ich habe auch nicht erwacht. Willen jullie volgend Jahr wieder mit? Ja, sicher. Absolut. Houd ich euch an, bedankt. Ich bin auch Marco wel verslaut. Ja. Ok, danke. Dankjewel. Okay.